Take the Loser, kannst du den? Hey, XD! Heute machen wir einige Challenges. Kleine Challenges, könnte man sagen. Und zwar, also diese Runde dürfen wir nur die Waffen benutzen, die wir finden. Nächste Runde dürfen wir nicht bauen. Uns weiter und es freut ihr, wisst, was ich meine. Legbeats auch mal annehmen! Erste Runde nur Pistole. Ja, ich freue mich schon. Ja, Mann, alter Pistolen! Kannst du den hier im Real Life? Seht ihr das? Wie cool ich den mache? Damals gab es noch immer, wenn die Ampelphasen rot waren, so Akrobat-Künstler. Und jetzt gibt es so Kids, die rennen in der Rotphase auf die Straße und verlangen dann so Geld. Das hat mich voll viel Geld gekostet, Mann! Das tut mir gerade in der Seele weh, das nicht einsammeln zu dürfen. Ich habe eine goldene, schallgenämpfte Pistole. Ich glaube, die benutze ich. Hä? Legbeats auch mal helfen? Ja, ich komme. Oh, nice, danke. Voll cool, dass du das freiwillig machst. Naja, freiwillig mehr oder weniger. 13 Reasons, wow! Oh, hier liegt ein blauer Dronk und keiner wirklich mit, Mann! Oha, die lassen mich einfach alleine da hinten. Ja, genau! Wenn ich jemals ein Kind sehen sollte, das IB-Match trägt und den Fortnite-Tanz macht, dann bringe ich mich selbst um. Übrigens, Leute, Real Talk, also weil sich einige Leute darüber beschwert haben, dass wir uns darüber beschweren, ist nicht unbedingt ernst gemeint. Also mich juckt das an sich nicht, wenn irgendwelche Kids Fortnite-Tänze machen. Ist halt nur cringe. Oh, hier ist ein Einkaufswagen, Leute, hier ist ein Einkaufswagen, wuhu! Ja! Ah, die haben mich nur einmal getroffen, das ist schwach. Weißt du, was ist das, Nick? Der Party Reams von Shinjuku Squad. Shade! Stimmt, das ist original. Ich fahr dich jetzt in die Masse rein, pass auf, ich mach jetzt so. Nice, Alter, wir killen die so krass jetzt. Du machst das schon, du machst das gut! Yo! Hallo? Oh mein Gott, ich hab ihn, ich hab ihn! Oh, okay, der ist fast tot, er ist fast tot. Was ist da, was ist da? Nein, du bist tot! Ja, ja, der ist hier unten bei meinem Loot. Oh mein Gott, nein, 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 ich kann nichts machen. Scheiße, aber zumindest zwei mitgenommen. So, was ist die nächste Challenge? Bauen verboten? Lass mal eine Runde Bauen verboten. Ich mag meine Haare so hart und deswegen war ich heute beim Friseur und er hat sie genau so geschnitten. Okay. Das ist aber mein Style. Was kann der IB-Case? Mit dem IB-Case wirst du nie wieder das Problem haben, die Spider-Bet-App zu erben. If you know what I mean. Ach so, was machen wir denn jetzt? Kein Bauen, kein Bauen, kein Bauen. Äh, was? Ja, ich kann mich gar nicht... Hä? Wie soll ich mich... Hä? Komm! Die Lütz-Spa-Challenge! Junge, man ist hier einfach nur offenes Feed. Lass es nochmal machen, das zählt nicht. Ich hätte mega Bock auf ein Iblali-Sketch, also so eine Art Horrorfilm-Trailer. Einfach ohne die kleine Kinder so nachts verfolgen und Fortnite-Tänze machen. Oh Mann, das wäre voll nice. Okay, ich glaube, hier ist wirklich niemand. Oh mein Gott, hier ist jemand. Oh, da ist jemand. Ja, den meine ich doch. Was? Wo ist jemand? Das sind doch killen, Alter. Gun, gun, my gun. Warum, ich hole den mir jetzt, Mann. Was ist das? Ja. Hä? Nice. Habe ich gut gemacht. Was passiert, wenn einer aus Versehen baut? Muss er sich dann selber umbringen? Der muss eine Waffe aus dem Inventar wegwerfen. Die anderen sagen dann eine Zahl und die muss dann weggeworfen werden. Yeah. Wer hat gefurzt? Wieso bauen wir hier überhaupt ab? Wir dürfen ja eh nicht bauen. Ja, stimmt. Hä? Sind wir dumm? Du bist komplett behindert, Mann. Warte, Wicke, auch nimm nicht. Nimm nicht. Nimm nicht. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, das war knapp. Ach, du bist da hochgesprungen? Okay, was ist so schwer daran? Ich kann das auch, weiter. Was kann ich machen? Moment. Moment. Ja! Nein! Ich will nicht mehr. Ich gehe jetzt. Ah, fuck, 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 fuck. Highest Sensitivity Challenge. Auf 1,0, Cengiz? Ja. Ja, ja, auf 1,0. Das ist das Schöchste, was ich sage. Okay, das merkt man erst in-game. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, du Scheiße. Ey, das war von langsam bei mir. Das ist die LFT-Challenge. Ja, bei mir auch. Ja, aber ich war das so schnell. Aber wenn ich mit der Migan überall hinschieße, dann muss da doch irgendjemanden treffen. Ich mache das hier, Leute. Passt auf. Ohne Witz, Leute, stellt euch mal vor, ich springe und im Sprung mache ich den hier und dann schieße ich Headshot. Also wenn das beispielsweise aus Luck passiert, dann werde ich hundertprozentig gesperrt. Oh mein Gott, ich habe jemanden umgebracht. Da hat jemand einen fortgebaut. Dann schreibe ich da doch mal hin. Hi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, what the fuck. Jetzt das Ganze in langsam hat jemand geschrieben. Also lowest. Wollen wir das mal ausprobieren? Alles auf null. Weil das stelle ich mir ehrlich gesagt gar nicht so schwer vor. Nein. Ach, du kann... Oh, nee, nee, nee. Nein. Passt auf. Ich wische einmal über meinen ganzen Schreibtisch rüber und kann ein Grad weiter gucken. Ich habe ein Jagdgewehr gefunden. Damit bangt. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht drin. Ich muss meine Maus über den ganzen Schreibtisch machen. Rochus, ich wette, du kannst Deutsch sprechen. Rochus. Rochus. Jetzt komm. Rochus, warum lachst du denn? Du hast es angeblich verstanden oder nicht? Du lachst schon. Oh, da lachst er. Da habe ich ein kleines Lächeln rausgeholt. Rochus 20. 20 dein Nachname oder warum heißt du Rochus 20? 20 dein Nachname. Was? Kinderficker, ja. Gehen auf Erd. Ist er Kinderficker? Was? Kinderficker. Kinderficker? Freunde, das geht auch nicht, du. Ich drehe mich mal kurz zu euch, ja? Wie, sind die einfach? Ja, ich habe einen gekillt. Look at me. Tschüss, Leute, the cavalry is here. Ah! Ah! Ich habe was für dich. Was denn? Warte, ich drehe mich kurz zu dir. Oh, jetzt muss ich mich wieder umdrehen. Warte, jetzt drehe ich mich nach links. Okay, jetzt habe ich mich zu dir gedreht. Ich zeige dir das, ja? Oh! Das war cool. Schade, schade, schade. Ey, zumindest sexuell. Leute, wir kommen immer näher. One-Color-Challenge. Jeder von euch sucht sich eine Farbe aus und darf keine andere Farben aufheben. Ich nehme grün, Leute. Ich nehme grün, glaube ich. Egal, dann nehme ich grün. Ich nehme grün. Okay, dann nehme ich grün. Nun, Niek-Challenge. Niek, raus. Grün, 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 grün. Nein! Jovi, where are you from? Where are you living? Da, 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 da unten, da unten. Ab ihn. Okay, nice. My life is a challenge. Yeah, exactly. My life is a challenge. You're so open-minded, boy. You're so deep, so woke. Jetzt machen wir einen Stunt. Woo! Alter, was? Yo, alles klar. Erstmal ein paar Morddrohungen von dem 12-Jährigen aus Italien. Italien-Mafia? No, I'm not talking about mafia. What about Dan? I'm talking about your arsehole. That's right. Was ist passiert, boy? Was ist passiert, boy? Was ist passiert, boy? You little demon. I'm calling it, boy. I'm calling it more funny than me. Yeah, oh. Oh, boy. Bös ist der 12-Jährige, der die hier getroffen habe. But you're cyberbullying us. No, no, no. Don't put the Opferrolle. I'm coming to rescue you. Joanie, we'll rescue you. Oh, no, Joanie. Oh, Joanie. Well, no, Joanie, man. But Jovie. Jovie, what are you doing, Jovie? Jovie, for real, Jovie. That's the way how you do it, man. Deine ist fast tot. Deine ist fast tot. Hey, der ist tot. Nein. Oh, ne goldes Skar. Jo, ne goldes Skar, man kann nichts tun. Leute, gebt euch das mal. Das ist richtig das traurige Bild jetzt. Who's talking in the background? Like your mom? Yeah, it's my mom. Boah, die schreit richtig rum, Alter. She shouting? She angry? Yeah, but, yeah, but don't do shit. Oh, oh. Damn. Er gibt keinen Fick darauf, dass seine Mutter ihn anschreit. So geil. Richtig cooler Typ. Lass mal Heigock holen. Oh, fuck. Nein, verdammt. Locker ist der von der Mafia, hat jemand geschrieben. Ja, wie alle aus Italien. No English words is the best. Du darfst keine englischen Wörter sagen, auch nicht sowas wie nice oder sonst irgendwas. Echt jetzt? Sniper oder so. Aber was passiert? Wenn du es sagst, dann müssen die anderen halt eine Zahl sagen, von zwei bis fünf. Und diese Waffe bei der Zahl musst du dann halt dropen. Oh, okay, lass das machen, lass das machen. Ich nenne diese Challenge der Allmann-Modus. Wir haben kein Gruppenmitglied und gehen zu den Schnöseligen. Siegbert Schnösel wartet. Dufte. Das ist so das deutsche Wort, ein zum Ausdruck bringenden, das etwas... Warte, ob man jetzt nicht mehr spricht. Ich kann nicht hier sprechen. Wie bitte? Du warst immer so gut raus. Wieso sagt man nicht einfach was? Wie bitte? Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Du bist am Raten hinausgeworfen. Oh mein Gott. So formell redet einfach. Oh Mann. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Deutsch-Schwa... Schwache, genau. Deutschsprache, schwere Sprache. Nun, ich habe erneut Holz abgebaut. Wie würdest du das Englisch sagen? Das hat gar keinen Sinn. Man betont Sachen, die man eh so sagen würde. Das ist so das Ding an der Sache. Leute, wir sollten zur Zone gehen, weil ganz ehrlich, wir haben noch eine Minute Zeit. Das lag das alles so... Das klingt so ausdrücklich so. Zur Zone gehen. Man würde einmal gehen sein. Zur Zone gehen. Wenn so neue Spiele vorgestellt werden, so Skiespiele, und dann sprechen die genau so, so richtig Fälschung-mäßig. Fälschung-mäßig. So viele Fälschungen da draußen. Deine Lache klingt schon englisch. Quatsch mit Soße, du. So ein Humbug. Oh nein. Wie lange habe ich das Wort Humbug nicht mehr gehört? Was ist denn hier für ein Tohuwabohu? Tohuwabohu. Das hört sich so nicht deutsch an. Oh nein, sind die Einkaufswagen ganz da oben? Ja. Ja. Als ob ihr euch so konzentrieren müsst. Ich bin fast runtergefallen. Man muss alles inwieweit Bang aussprechen, so. Ich bin fast runtergefallen. Wollen wir die hier dort nehmen? Das wird so knorkel. Okay. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Der rappelt. Nein. Hast du noch mehr medizinische Versorgungsmittel? Leider nicht. Ich sehe jemanden. Er hat einen Schlag kassiert. Ich versuche in Reichweite zu kommen. Einer ist niedergestreckt. Hier rechts befinden sich ebenfalls Gegner. Wollen wir die hier herausfordern? Ja. Die Zone kommt. Ich bin niedergestreckt. Ich bin auch niedergestreckt. Ey, wieso bin ich jetzt schon wieder niedergestreckt? Schade. Schade, schade, Schokolade. Das war Fortnite Challenges, könnte man sagen. Auf jeden Fall werden wir das nochmal irgendwann machen. Oder Fortnite, ich wollte es mal gucken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute. Hopp. Tschüss.